Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Aufnahme mit mir, dem... äh, dem Papa. Mit dabei ist der Drei-Logi und der Anderleks und wir spielen Legend of Sailor A Link Between Words. Und A Link to the House. Genau. Also, Nonon, komm mal ran hier. Was? Komm mal her, du bist dein ganzes Leben weg gelaufen. Komm mal her jetzt. Wir haben heute ein bisschen einen kühlen Kopf bewahren, ne? Denn jetzt geht's nämlich cool weiter. Halt einfach deinen Maul. Du hast einen Hüter besiegt. Neue Spezialmissionen sind verfügbar. So, denn... So, Schneeland. Schneeland geht's halt. Der Nonon ist heute gesprächig drauf, hab ich so das Gefühl? Ja, das ist depressiv. Was nehme ich denn dafür? Was gab's denn für Items? Feierhandschuhe. Ich seh doch. Ach so, ja. Da brauch ich kein Bummer lang gewandt. Ich will das Herzkleid. Ne. Für die Frauenquote. Für die Mädels unter euch. Also für Nonon. Manchmal liebe ich Windows. Oh, Nonon hat ein Problem. Manchmal liebe ich echt Windows. Nicht. Nonon hat ein Problem, wie ihr gerade merkt. Ach. Okay. Oh. Mother Princess. Oh. Die erste Aufnahme aus neuen Räumlichkeiten meinerseits. Also halt was Together Sachen angeht und halt Joy for Seroths. Und 2080p, ne? Und in 1080p, fortan, seht ihr ein bisschen mehr vom Spiel. Mit neuem Layout, wo unsere schönen Mi-Gesichter drauf sind. Haben wir irgendwie die Items übersehen? Sag mal, ist das eigentlich euer Ernst, dass ihr jetzt schon hier am Verrecken seid? Ist das dein Ernst? Du bist aber auch getroffen worden gerade. Ja, zweimal. Ich bin glaube ich ein bisschen leise. Das muss ich ändern. So, hallo. So, da. Haben wir die Items übersehen? Oder? Irgendwo sein. Warte mal. Pass mal auf. Nicht treffen lassen. Hier geht's hoch. Aber nicht weit. Doch. Ah, nee. Hier ist nix. Komm her jetzt. Ach so. Ja, okay. So, da. Jetzt, da. Können wir hier den Logi noch zu... Oh. Habe ich ein Foto gemacht aus Versehen. Als ob Feuerbälle. Als ob. Mit dem Feuerball-Sound. Als ob. Nice. Nice. Als Lärchen. Logi gönnt sich. So. Ich habe irgendwo ein Herz gesehen. Das hole ich mal ganz schnell. So. Jetzt gehen wir ganz schnell zum Triforce. Zum Zweiforce. Oh. Ja. Auch nicht schlecht. Wunderbar. Jo. So will ich das sehen. 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 Ich bin der Held. Ja. Warte ich gerade sagen. Sag heute mal ein Held. Ach ja. Genau. Da hier noch die Mäuschen hier weg. Sag mal. Boah. Achso. Wir müssen stehen bleiben alle. Tupi tupi. Kupi tupi. Okay. Oh. Da war ich ein bisschen voreilig. Da kommen wir nicht dran. Jedenfalls. So. Komm. Wie die Scheißviecher hier. Oh. Ein. 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 Eine. Eine. Eine Eis. Fledermaus. Hab ich noch nie. Wer hat die. Aber so. Noch nie. Wir sehen. Oh. Scheiße. Wann mal. Oder so. Ich glitsche mich da schon durch. Sonderlaufer. Was? Klitschki. Aua. Hä? Bevor du da jetzt noch weitermachst. Ich würde sagen. Ich höre ja schon auf. Mein Gott. Hey. Was willst du machen? Versuch mal mit dem Dreier. Komm her jetzt mal hier. Todem. Todem. So. Ich war gut. So Burschen. Hey. So Burschen. Komm's rauf. Nur ein paar Herzen. So. Wunderbar. Lass das mal dem Papa machen. Achtung. Papa wird schon richten. Nicht wahr? Nein. Der Papa wird's richten. Ja. Ach. Die Dinger brechen ein nach einer Zeit. Interesting. Aber das Ding hört nicht auf. Zu pusten. Weg ist er. Wird das Eis weg? Ja, okay. Das wollte ich nur mal wissen. Scheiße. Lugi ist eingestürzt. Könnte man jetzt böse Witze lieber machen, aber ich lass es. Nee. Nee. Nein. Alla. Oh, 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 oh. Pass auf. Oh. Gut. Die Musik kommt mir bekannt vor. Oh. Jetzt waren wir alle zu fett. Oh, 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 oh. Obacht, Obacht, Obacht. Komm mal her. Ja, mach die Bomben nur weg. Nein. Nein. Ein Held, der die Welt erhält. Das bin ich untergefallen. Ein bisschen glatt. Bisschen glatt. Na, Feuer klappt ja nicht. Und ich wollte dich ein... Dein Ernst, Lugi. Ist das dein Ernst, Lugi? Ich wollte euch alle hochgehen, damit wir die Triebe sehen können. Wir nehmen uns alle hoch und mit in den Tod einfach. Ich bin zur Seite runtergerutscht. Keine Ahnung. Jetzt ist der Lugi, der Held. Per Stunde. Und direkt nochmal runterfallen. Ja, wir haben jetzt genug Herzen. Lass uns voranschreiten. Lass uns voranschreiten. Oh. Nein. Ey, Burm. Passt mal auf. Burschen. Wir brauchen Herzen. Ne. Wir brauchen Herzen. Zurück, zurück. Das ist so scheiße wutschig. Ich sehe schon. Wir werden jetzt gleich Game Over gehen und dann wird Lugi wieder ausklippen. Ne, noch ist alles gut. Wir haben bisher noch keine Ruckler, ne? Bisher noch nicht. Ey, was ist los? Lag es doch an mir oder was? Weil ich habe jetzt zum ersten Mal ein neues Internet, ne? Wie gesagt, an mir liegt es ja nicht. Meine 200k Leitung hier. Ich hätte meinen Gesichtsausdruck sehen müssen, als ich zum ersten Mal gesehen habe, wie schnell der Upload einfach geht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ah ja, Vater. Ja, ihr müsst jetzt wissen, so Videos, die für drei, vier Stunden gebraucht haben, hochladen, sind jetzt so 20 bis 40 Minuten oben. Ist ein minimaler Unterschied. Ach, das ist Viech wieder. Aha, komm mal ran hier. So. Ja. So, lass uns mal voranschreiten. Was haben wir denn? Achso, wir müssen nochmal einen Dreier machen, oder? Oder einen Zweier, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was wir überhaupt machen müssen jetzt. Ey, hier hinten, hier rechts ist Feuer. Hier ist eine Feuerstelle. Komm mal ran hier. Ja, warte mal, warte mal. Ich ziehe mir die Schlittschuhe an. Das Krachdruck geht jetzt ein. Mach, 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 mach Feuer. Das kann ich ja sein. Papa, Feuer, Feuer. Oh, scheiße. Zurück. Geh erstmal zurück, ja. Ich glaube, ein Zweier reicht. Ja, wir müssen erstmal kurz warten. Wegen der Plattform. So, mach schnell. Ja. Auf der anderen Seite auch noch, oder was? Ja. Jetzt. Na, noch ein Stück. So. So, jetzt schnell. Renn. Nein. Oh. Oh. Das war jetzt aber, oh Gott, mein Lieber. Das war ein einziger Rückschlag. Alter, weiter. Oh nein. Boss time. Oh nein. Ach du. Die lassen sich auch nicht verbrennen. Doch. Machen wir mal genau davor stehen, oder was? Wenn die in der Luft schweben, dann geht's natürlich nicht. Ja, das meine ich ja. Ach so. Ich dachte, die fliegen nur in der Luft. Ich hab die nur zum ersten Mal gesehen, da sind sie geschwoben. Geschwoben. Was ist das für ein Wort? Was ist das für ein Wort von den ganzen Kirchen her? Als ob. Als ob wir die nicht treffen, wenn die oben fliegen. Ich bin ja auch der Held. Nein, nein, hat die Riegel. Äh, lieber nicht. Nee, ich wollte halt ein Mädchen grüßen, aber ich lass es. So. Schatz drohen. Ey, Wuttefall. Ah, Let's Klärchen. Wunderbärchen. Oh, ich hab ein Bodo gemacht, schon wieder, aus Versehen. Sorry. Sorry. Ach ja, dann haben wir unsere erste, ähm, Passage fertig. Vom Winterländisch. Ohne dem Auer zu gehen. Ja, knapp. Ohne Lags. Und ohne Stress. Das war, also, das wirklich an mir, ich, kann ich ja nicht glauben. Das kann ich ja nicht glauben, hör mal. Ja, hör mal. Aber gut, es läuft flüssig, es ist gut. Ähm, Schneeland. Und dann nehmen wir hier nochmal den Schneeball. Das Schneeballtal. Genau. Ah, Moment. Lasst mich den Boomerang nehmen, nehme ich meinen Boomerang gewarnt. Okay. Dann könnt ihr die Feuerhandschuhe nehmen. So, jetzt klinge noch ein Glückchen. So, la la. Etzala. Etzala reicht's. Schlückchen getrunken. Dann nehm ich den Boomerang. Der Boomerang. Der ist nämlich schon hier. Oh. Ach so, na. Schneeball. Jetzt hab ich gewartet, bis, ich hab gewartet, bis, ob Schneeball vorbei ist, damit er mich nicht mehr trifft. Weißt du, wie ich mein? Mhm. Als ich gesehen hab, dass er kommt, war's schon zu spät. Der ist an mir vorbeigerollt. Durch mich durch, als ich dann verstanden bin mit dem Boomerang in der Hand. Oh, geil. Ich kann zwei Boomerang auf einmal werfen, oder was? Oder das ist einfach nur ein ganz großer Boomerang? Schön. So. Uh, pass auf! Oh. Guck mal, sind das zwei oder das ist einer? Das ist ein riesiger. Ja, hier seh ich. Entweder ein großer oder ein kleiner. Ja, oder zwei kleiner, komm mal rüber. Ach, nee, jetzt komm ich nicht mehr rüber. Ach, gut, Achtung, Achtung. So, jetzt, komm. Hallo. Wie ist die Konstellation, die wir jetzt gerade gemacht haben, beschissen. Stimmt. Ich muss rüber, ne? Dann komm mal her. Dann musst du mich noch mal rüber schmeißen. Genau. Genau, dann nimmst du... Genau, nee. Das ist auch nicht gut. Nee, dann musst du noch mal herkommen, dann musst du mich noch mal rüber schmeißen. Genau. Genau. Genau, den. Oh. So, lala. Da rennt er wieder, der kleine Nonar hier. Ich finde das voll geil mit dem Feuerball. Das ist einfach so wie bei Mario klingt. Hm? Das ist ein nettes Easter Egg. So ein kleines 3D Land Easter Egg, finde ich. Wie du halt gemärende Mario, alles überall. Finde ich ganz cool. Weil bei 3D Land gibt es ja auch ein Sailor Easter Egg. Also das ist ganz... Oh, da fällt der runter, der Logi. Während Nonam hier regelt. Oh, okay. Nochmal. Oh, das halte ich nicht. Ich würde eigentlich den Typen hier. Oh, das hat mir... Ich hatte immer eine Schusslinie. Ah ja. Soll ich erst mal rüber gehen? Super. Super. Wow. Lass mich mal machen, ich kann... Ja, oder so. Sorry, da drüben ist nix, oder? Ich muss warten auf Now nehmen, oder muss ich mal rüber? Jetzt auf mich angewiesen. Na, willst du rüber? Hä? Willst du rüber? Na? Ja. Du musst rüber. Da ist doch nix mehr rechts. Was ist denn da noch? Bombe. Du musst ne Bombe einsetzen. Warum ich? Fuck. Weil ihr ein zweier Totem machen müsst. Nimm ne... Ja, nimm ne Bombe, ich hebe dich hoch. So, aber jetzt brauchen wir dich trotzdem, weil jetzt brauchen wir einen Dreier für. Mal rüber, ja. Oh. Die Bombe ist nicht gut. Ja. Dann... Schnapp ich dich mal. Boah. Ich muss jetzt nix machen, das ist jetzt gut. Noch ein Stückchen runter vielleicht. Ja. Super. Du hast gut gemacht, Burschi. Läuft alle super. Das macht ja mal Spaß. Ja, ein bisschen. Nee, Quatsch, du musst mich rüber... Ups, du musst mich rüberwerfen. Oh. Okay. Was bestimmt mit meiner Steuerung gerade nicht? Was stimmt mit dir gerade nicht Steuerung? So, jetzt, danke schön. Also, ja, dann geht's mal rüber. Weil ihr müsst Feuer machen. Du musst noch. Oh, da war der erste... Oder stell du dich da am besten drauf? Öh. Wetter ich nicht. Dein Ernst? So. Ein bisschen Zielwasser, Nonen, ein bisschen Zielwasser. Ich glaube, halt logisch, was er gewandt an. Ja. So, hier hat man... Wieso kriegen wir keine Herzen? Betrug. Schneeballteil, Teil 3. Vorsicht. Ich will bis noch ein Herzi. Das nehme ich mit. Und fünf Rubine auch. Das habt ihr super gemacht, Burschen. No, nehmen wir's. No, nehmen. Mann. Auweier. Du, oh, ich... Los, bitte. Das war der erste... Das war der erste Tod. Das ist doch gar nicht... Das ist doch... Schon mal ein Erfolg für unsere... Für unsere Verhältnisse. Für unsere Zweifels hier raus. History. Wenn man mal die anderen Parts alle anschaut. Logi hat geweint. Ey. Alter, was ist denn hier los? Ja, ja, genau. Genau. Pass auf, Burschen. Ja toll, wie soll ich denn da vorbeikommen? Ich konnte gar nichts machen jetzt. Auf einmal. Wir hatten gerade das Pätschel, dass die felsen da mit bei waren. Ich bleibe jetzt einfach bei euch, weil ihr könnt die Dinger schmelzen. Ich kann da nichts machen. Ich bin ja machtlos. Ich gehe nicht reinlaufen. Ihr seid jetzt echt bitter. Wir sollten auch gleich... Wir hatten aber... Wir hatten gerade keinen Schaden bekommen. Glaub. Na? Ja, geil. Noch ein Herz. Achtung, Achtung, Achtung. Kommt an den Felsen? Ja. Ich gehe jetzt schnell hoch. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich wollte ja... Das ist ein Fässer. Okay. Das ist ein Spinner. Kommt an den Felsen. Mal. Lass mich doch am Arsch, ey. Hätt's no name nehmen müssen. Hätt's schmelzen können, schnell. Aber wir fliegen dafür immer wieder 5 Lubinen. Das ist doch auch nicht schlecht. Achtung, Felsen. Oder Schneeball. Eins von beiden. Achtung, Felsen. Oder Schneeball. Eins von beiden. Oh, jetzt kommt der Felsen. So ein Hammer wäre nicht schlecht. Da ist ja der... Nicht mich hochheben. Ich kann die nicht wegschmelzen im Notfall. Ich nehm dich jetzt hoch. Achtung. Oh. Scheiße. So, jetzt. Herzis. Okay, weg, 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 weg. Fuck, 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 fuck. Schlech, 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 schlech. Oh, das war aber knapp mit dem Logikator. Ja, klar. Spawn halt weg. Ähm. Das müsst ihr machen. Genau. Jutebeutel. Nein, Mann. Hey, ist ja ein richtiger Verkehr, du. Du, mich rüberwerfen. Ich dich vielleicht rüberholen. Oh, hat doch geklappt. Noll. Mhm. Gut, das haben wir. Sag ich halt, schiss dich runterzuwerfen. Ne, lass dich lieber. Lass dich lieber. Nein, ich wollte halt generell runterschmeißen halt. So. Und jetzt sterben wir. Die Herzen nicht mitnehmen. Falls wir zurückkommen können. Ne, können wir nicht. Wir rutschen runter. Gut, ihr müsst aufmachen, bitte. Dankeschön. Ich rutsche mal vor. Oh. Ach na. Oh nein, ich weiß, was kommt. Lauf halt voll rein, Logi. Du bist echt. Hä, was denn? Äh, äh, sorry. Du bist ja roh. Ich bin green. Ja, ja, ja. Ja, was denn da? Hier ist ein Herz. Nimm das Herz mit, Mann. Achso, ich dachte, das wäre ein anderes Viech. Ja. Von der Link to the Past. Äh, von der Link between worlds. Aber gut. Was soll ich jetzt machen? Ich habe doch nur einen Boomerang. Okay. Ich kann nix machen. Ich bin machtlos. Kannst du einen Boomerang durch die Flammen schmeißen? Tatsache. Mhm. Das kann ich mal probieren. Ja klar, genau. Einmal kommt jetzt mal in meine Richtung. Haha. Nice. Da war ein Herz. Herz. Ich komme ans Herz nicht ran. Fuck. Fuck. Scheiße, scheiße, scheiße. Achtung. Ups. Der Tats, der Tats, der Tats aber sehen müssen. Fuck. Einmal mit Profis arbeiten. Klassiker. Okay, für die Flicks mussten wir einmal Game Over gehen, ja? No Name ist raus, wir ersetzen ihn durch Gebirge. Gebirge ist raus, wir ersetzen ihn durch Gebirge ist. Gebirge ist. Ja, die Dreck-Sau. Komm. Das müssen wir alles nochmal machen wegen No Name. Genau. Weil er nicht aufgepasst hat. Toll. Super gemacht. Hm. Super gemacht. Ich weiß gar nicht, ich bin super, ja. Toll gemacht. Alter, Vater, ey, dieser No Name, ey. Kann der eigentlich überhaupt wahr sein? Ne. Koronen-Kostüm nimmt er. Vielleicht bringt's ja was. Na, ja, genau. Kannst du nicht das Vorgewand anziehen? Du müsstest da eigentlich gar nicht rutschen können oder so. Ich glaub nicht, dass das so was bringen wird. Mein Boomerang. Wie ein Boom, 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 Boomerang. Oh, mach mal langsam. Super. Duper. Kupa. Genau. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Durch den Monsum. Hä? Was ist jetzt los mit dir? Ja, klar. Die Welt. Du musst mich rüberwerfen. So, dann musst du mich wieder runterwerfen. Dann werfe ich da rüber. Wegen Felsen kommt natürlich. Nicht gerade. Wieder rüberwerfen. Inventiven kannst du es jetzt gerade schwieriger machen, aber okay. Achtung, Achtung, Achtung. Tschüss. Tschüss. Was haben wir hier noch schickes? Herzen. Da sind auch noch Herzen. Aber die brauchen wir nicht. Wir haben noch heißen F... Ja, was jetzt? Entscheide dich doch mal. Mein Gott. Alter, verdammt. Oh, der Part ist schon wieder ziemlich... Also gut lang. Ja, das machen wir noch zu Ende, oder? Ja, der Part hätte schon lange zu Ende sein können, wenn der No Name nicht gefällt hätte. Ich habe den Fernseher jetzt eine schöne Partlänge geschenkt. Was hast du? Eine Partlänge geschenkt. Tja, geil. Ich kann die voll gut killen mit dem Ding. Wir helfen mal rüber, den Dicken. Wann, 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 wann. So. Ich hole dich auch gleich mit. Mit gehangen, mit gefangen, wa? Achso, ich brauchst, dass meine Bombe... Nimm dich einer hoch. Was? Oh. Das hat eh keinen Sinn gemacht, zu dritt, oder? Nee. No Name. No Name, du machst jetzt mal kurz Pause, okay? Mach mal eine kurze Brotzeit. Was auf? Ja, dann muss ich ihn wieder lenken. Ich bin so schlechter drin. Ja. Probieren wir es nochmal. Einen daneben. Und war, glaube ich, eh zu früh geworfen. Und No Name fällt runter. Du sollst einfach nur stehen bleiben. Das ist aber so schwer. So. Das machst du mal mit ihm. Du keine Scheiße mehr machst, No Name. Hey, wir fangen uns doch auch. Achso. Das sieht vom 3D-Effekt anders aus. Wir müssen hier an die Seilkärmung drin. Ja, vorhin waren wir auch nicht da drin. Ja. War das Lack. Weißerla. Weißerla. Warum hab ich ein bisschen Schaden genommen? Egal. Vielleicht hätte ich die Bombe dich noch getroffen. Blue E. Oh, warte. No Name ist heute nicht gut im Bewerfen. Ich kann nur Y drücken, mir nicht. So. Oh, mach mal langsam. Ich hab gesagt, mach mal langsam, aber okay. So. Oh. Das ist eure Aufgabe hier. Warte mal. Warte mal. Mach mal langsam. Mach mal langsam. Mach mal langsam. Ich hab ne Idee. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Du musst jetzt in die Mitte. Ich halte es dir auf und du. Ja. Genau. Ja, wer ist hier der Held? Du. Du. Ja. Ich bin doch in Part 6, glaube ich, war drauf. Oder war es Part 7? Ich weiß es schon gar nicht mehr. So alt bin ich. So, Dana. Obstsalat. 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 Oh. Jetzt wird sich eure Schleichwerbung gemacht vom Gnome. Ähm. Ähm. Wie heißt du noch Malonki? Ach ja. Dement ist nicht schön. Komm her, du Fledermaus jetzt. Nein. Was? Was? Noch ein Herz. Pass auf. Sei bloß vorsichtig. Hä? Ich hab getroffen. Sei bloß vorsichtig, ich stirb. Ich hab getroffen. Ich hab auch viel getroffen. Ja. 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 So, ich hab hier die fünf Münzen mit. Weil die eigentlich Rubine sind. Ich kann reich sein. Achtung, 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 Achtung. Boah. So, jetzt. Friend, Wops. Abissal. Gut. Ach ja. Um den Felsen. Was denn? Ah. Boys, ihr müsst mich beschützen. Ich hab kein Feuer. Warte mal, warte mal, warte mal. So, wirf mich mal eine hoch. Gib mein Herz näher. Ne, ich runterfliegen, nicht runterfliegen, nicht runterfliegen. Nein. Jetzt spawnt das Ding einfach weg. Ich glaub, ich spinn. Schon wieder. Build again. Nimm mich hoch. Jetzt haben wir's gleich geschafft. Nach einer halben Stunde ist der Partner auch mal vorbei. Irgendwann vielleicht. Also, ich kann dich runterlassen, ne? Ich behalte dich jetzt, bevor du noch Mist machst. Oh, hast mich da runtergeschmissen? So. So, mach mal langsam. Oh. Oh, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Pass auf, no. Nee. Das kommt von der anderen Seite. Nein, ich hatte aber... Ja. Okay. Komm, lass einfach hier rausgehen. Lass einfach das Level beenden. Nicht mit den komischen Viechern abhängen. Hängen. Wir haben doch keine Zeit. So, jetzt geht's los. So, nimmt die Herzen mit. Genau. Und dann wird runtergerutscht. So, die behalten wir noch hier. Es geht los. Das sieht irgendwie aus wie Ganon, finde ich. Komm, lass mal. Das ist eigentlich ganz easy, der Boss, wenn man ihn richtig macht. Ja. Welche Richtung fährt er? In die andere. Wunderbar. Achtung. Warum macht er keinen Fährball? Du warst gerade in meiner Schusslinie da, ne? Äh, Lugi. Hm. Jetzt dritte ich ihn nicht mehr richtig. So, komm mal her. Nein. Ja. Oh, ne. Er lebt noch. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Achtung, Achtung, Achtung. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Das ist zur Hölle, ey. Das hat das Feuer ausgeblasen, die Drecksache. Ne, wieso bist du auf mir oben drauf? Wie kommst du da hoch? Ja, du bist hoch, Oma. Du stellst dich wahrscheinlich neben mich hin. Komm mal jetzt. Komm. Ja, danke schön. Schau mal, wie du dich triffst. Er blutet schon. Oh Gott, oh Gott. Ah, weg. Ja. Zwischenbuss geschafft. Geld. So. Super. Ich bin stolz. Sehr schön. Auf mich. Sehr gut. Sehr gut. Na. Ach, Mann. Okay. Geschafft. Sehr gut. Leergut. Leergut. In dem Sinne. Sehen wir uns wieder im nächsten Part von The Legend of Seller Dreyfos Heroes. Dann geht's weiter mit Schnee. Tschüss. Macht's gut. Tschau. Mit Ö. Sowieso. Es hin. Io. Ich kann es20好. Chainton. Ich kann es bzw.